Hallo, hey, Tag, Angie. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Gut, wie geht es dir? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Alles klar? Wunderbar. So alt teuer, Mann. Was passiert heute Abend? Das ist eine Talentshow. Also Nachwuchs. Ein paar Frühter-Tanz in dem Mai. Ja, ist doch schön. Keine Tombola. Die Angie engagiert das ja alles. Ja, und sie macht das gut. Erst mal kann sie gut singen. Sie kann gut mit Gästen umgehen. Sie kocht gut. Nein, ich mache beides gerne. Ist jetzt nicht, dass ich lieber dies mache oder das mache. Äh, ich ... Warte mal. Ich gehe noch oft auf Auftritte, auf Veranstaltungen, noch Seiten, Geburtstage. Die Leute, die mich buchen. Zwischendurch, dann habe ich hier Aushilfe. Ja, ist doch schön. Dich kann man mieten. Ja. Dich kann man mieten. Ja. Als Alleinunterhalterin und so. Ach so. Das wusste ich dann ja nicht. Ich mache das ja schon seit zehn Jahren deswegen. Also wenn ich jetzt die Bruchstache habe, könnte ich dich anrufen und dich bezahlen, dann würdest du bei uns singen. Früher habe ich die modernen Sachen gesungen. Englisch, Hip-Hop war früher. Ich habe gerappt und das ... Mit sowas kann man kein Geld verdienen in Deutschland. Da dachte ich, ja, sing mal Deutsch. Und damit kam der erste Hit. Ja.